und ihr comeback so jetzt warten wir auf den pfiff von heidenreich los geht's köln wie gesagt in rot von rechts nach links steht schon ein bisschen was auf dem spiel so ist das nicht für beide mannschaften noch ein bisschen mehr vielleicht für den fc der ist eklig der fällt fast da hinten rein den hat sie unterschätzt jetzt noch mal der nachschuss aus der distanz jetzt haben wir noch mal den blick drauf scherzi mit dem ball in die mitte selina scherzi traue ich sogar zu dass sie den genau so wollte er ist drin er ist noch drin gerhard de filippo der ist gut er ist der richtig gute abschluss er ist der richtig gewollte abschluss in diesem spiel mori was jetzt war schon de filippo so rum war es passt schon mori die dann auch mit verzweifelt und klett mit der parade so jetzt warten wir hier noch auf das go und den pfiff von heidenreich der kommt jetzt und damit rein in die zweiten 45 minuten potsdam jetzt in ballbesitz heidenreich sortiert weiterhin durch ecke kommt die kommt gut die kommt gut und die fährt fast da hinten rein aber den kratzt sie von der linie wirkowska offensiv entscheidend mit dabei schauen wir doch mal drauf auch gar kein richtig gesetzte offensivaktion da war es gar nicht wirkopf gut auf gut auf jetzt muss sie da ein 1 gegen 1 mal vorbeikommen egal ob innen oder außen gut der ist gut der ist auch nicht drin nächste riesen chance der fc nähert sich ist locker aber es läuft eben nicht gut auf perfekter ball war dann ist das ein sehr harter kontakt und back sowieso wilde kann ja auch mal treffen coverage auch die mädels hinten drin maurice und punti kam bei standards immer eigentlich für tore gut jetzt vielleicht 85 mein gott beißt die sich dadurch durch durch diese 85 minuten und sie ist da und dieser block ist sowas von wichtig jetzt mal platz auf der anderen seite wirkowska die läuft und läuft und läuft die ist vorne wie hinten und da ist nochmal der abschluss bekommen wir tatsächlich plötzlich vom potsdam wieder eine szene einmal platz da auf dem flügel dann legt sie den zurück auf die eingewechselte meister und die mit dem abschluss alles immer richtig entschieden hat absolut gepasst jetzt pfeift sie ab 0 zu 0 zwischen dem ersten fc köln zu gast hier bei turbine potsdam alle spiele live nur bei magenta sport